Hallo ihr Lieben, das soll nur ein ganz ganz kurzes kleines Ankündigungsvideo werden und zwar hatte ich es in meinem Hangout zu den Neuerscheinungen ja schon gesagt, dass die Sine und ich noch ein Dystopie-Hangout offen haben, was wir schon vor langer langer Zeit mal irgendwann machen wollten und auf jeden Fall haben wir uns ja auf ein Datum geeinigt und zwar machen wir das am 23.09. um 18 Uhr bei Sine auf dem Kanal von Wörtern gefesselt und ja, wir wollen dort mal so über Dystopien im Allgemeinen sprechen, um diesen Hype-Dystopien, der ja damals auch entstanden ist, über Dystopien, die uns gefallen haben oder uns halt auch nicht. gefallen haben und wieso, weshalb, warum uns das eine anspricht und das andere nicht, denn es geht in einem Grundaufbau von einer Dystopie ja eigentlich immer um das Gleiche und ja, wenn ihr Bock auf dieses Hangout habt, dann schaut auf jeden Fall am Sonntag vorbei, wie gesagt um 18 Uhr bei Sine auf dem Kanal, ich verlinke ihn euch nochmal unten in der Infobox und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und mehr wollte ich jetzt an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht sagen und ich würde sagen, dann vielleicht bis Sonntag. Ciao, ciao!